Moin Leute, hier ist wieder Justus vom Pointer. Kurztrips waren für mich in den letzten Jahren eigentlich die einzige Alternative zu Urlauben. Dafür richtige Urlaube neben dem Studienalltag einfach die Zeit und das Geld gefehlt hat. Im heutigen Vlog möchte ich euch einfach mal ein paar Tipps geben, wie ihr eure Kurzurlaube planen könnt, damit ihr ein bisschen Geld spart und vielleicht mit der Planung nicht komplett überfordert seid. Der allererste Tipp, den ich euch geben kann, ist ein Tipp, der euch wahnsinnig viel Geld sparen kann, der allerdings auch euren Kurztrip sehr viel schöner machen kann. Und das ist, dass ihr vor allem Kurztrips dazu nutzen könnt, um eure Freunde zu besuchen. Falls ihr studiert, dann wird es vermutlich der Fall sein, dass ihr mittlerweile in ganz Deutschland Leute kennt. Einerseits Leute von der Schule, die mittlerweile in Unistädten studieren. Andererseits Leute, die vielleicht gerade im Ausland ein Semester machen oder sogar im Ausland studieren. Das alles sind super gute Möglichkeiten, mal wieder deine eigene Stadt zu verlassen und einfach mal rauszukommen. Frag einfach mal bei deinen Freunden, ob sie vielleicht Lust haben, einfach mal ein Wochenende mit dir zu verbringen, damit du sie in ihrer Stadt besuchen kannst. Danach können sie dich natürlich auch besuchen, sodass ihr beide ein kleines bisschen Austausch habt und euch gegenseitig zeigen könnt, wo ihr mittlerweile im Leben seid. Das Schöne dabei, seine Freunde bei Kurztrip zu besuchen, ist natürlich nicht nur, dass man nie alleine ist und dass der Tourguide eigentlich direkt vor Ort ist, sondern vor allem auch, dass man eine ganze Menge Geld sparen kann. Insbesondere die Übernachtungsmöglichkeit kann man sich in diesem Fall meistens sparen. Andererseits kann man auch gemeinsam kochen und dadurch bei der Verpflegung eine ganze Menge Geld sparen. Dadurch, dass das Ganze meistens auf Gegenseitigkeit beruht und dein Kumpel dich vermutlich auch mal in deiner Stadt besuchen wird, bleibt das eigentlich alles relativ ausbalanciert und man hat die Möglichkeit, wirklich günstig einen Kurztrip zu planen. Der nächste wirklich wichtige Tipp, den ich euch geben kann, ist, dass ihr eure Anreise am besten sehr entspannt plant. Mit einer entspannten Anreise planen meine ich eigentlich zwei verschiedene Punkte. Zum einen denke ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, die Anreise und die Rückfahrt frühzeitig zu buchen. Das führt dazu, dass ihr günstigere Tickets abstauben könnt. Andererseits auch dazu, dass ihr die Anreisezeitpunkt und den Rückfahrtzeitpunkt sehr viel besser bestimmen könnt, weil natürlich noch viel mehr Tickets da sind. Ein entspannter Anreiseplan bedeutet für mich gleichermaßen allerdings auch, dass man versucht, am Tag der Anreise bei seinem Kurztrip möglichst fit zu sein und möglichst viel Energie zu haben. Dabei kann es beispielsweise sehr stark helfen, wenn man sich eine Fahrt am Morgen bucht, damit man ungefähr mittags in der Stadt ankommt und noch ein kleines bisschen den Tag nutzen kann. Je später man an einem Tag von einem Kurztrip in der Stadt erst angereist ist, desto weniger kann man natürlich an diesem einen Tag machen. Und gerade bei Kurztrips, die nur ein bis drei Tage lang sind, wirkt sich das natürlich sehr stark auf die Zeit aus, die du wirklich zur Verfügung hast. Dementsprechend würde ich mir einfach frühzeitig Gedanken darüber machen, wohin du fahren möchtest, wann du fahren möchtest und vor allem, welche Uhrzeit dir bei der Anreise am besten passt, damit du danach direkt deinen Kurztrip angehen kannst und dich entspannen kannst. Etwas, was dir auch sehr dabei helfen kann, deinen Kurztrip effizient zu planen, ist, dass du dir vorher einmal genau darüber im Klaren wirst, was für Erwartungen du an diesem Kurztrip hast. Mit Erwartungen an einen Kurztrip meine ich vor allem das Gefühl, mit dem du aus diesem Kurztrip rausgehen möchtest. Möchtest du entspannt rausgehen? Möchtest du vielleicht geshoppt haben? Möchtest du informiert da rausgehen und Sehenswürdigkeiten gesehen haben? Das alles sind verschiedene Erwartungen, über die man sich erstmal klar werden muss und bei denen man auf jeden Fall einen Fokus setzen muss. Ich denke, dass es sehr dabei helfen kann, die richtigen Aktivitäten zu finden und zu planen, wenn man sich vorher einmal genau darüber im Klaren wird, was man mit diesem Urlaub für sich selber bezwecken möchte. Dadurch, dass man sich vorher Gedanken darüber macht, wie man aus diesem Kurztrip rausgehen möchte und was dieser Kurztrip für einen selber bedeutet, kann man zum einen die Aktivitäten effizienter planen, andererseits passiert es natürlich nicht, dass du ganz vieles Verschiedenes planst und am Ende eigentlich nur gestresst aus diesem Kurztrip rausgehst, weil du einen total straffen Zeitplan hattest. Auf den straffen Zeitplan bezieht sich jetzt auch der letzte Tipp, den ich für euch habe. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, nicht zu viele Aktivitäten zu planen. Erst nachdem euch über eure Erwartungen klar geworden seid, könnt ihr eure Aktivitäten in meinen Augen wirklich gut planen. Denkt einfach mal darüber nach, was ihr in diesem Urlaub machen wollt und sucht euch vielleicht drei oder vier Punkte, die ihr auf jeden Fall abarbeiten möchtet. Dadurch, dass man sich seinen Zeitplan zu voll macht, kommt es zum einen zu Stress, den man natürlich im Urlaub auf keinen Fall haben möchte. Andererseits passiert es auch oft, dass man das Schöne einfach aus den Augen verliert. Ich denke, dass es bei Kurztrips wahnsinnig wichtig ist, einfach ein bisschen Pufferzeit zu lassen und einfach ein bisschen Zeit zu lassen, durch die Stadt zu schlendern, sich die Stadt anzugucken und vor allem sich auch die Möglichkeit offen zu halten, irgendetwas spontan auszukunden, falls man es gerade mal sieht und es einen interessiert. Dadurch, dass man sich nicht zu viele Aktivitäten vornimmt, sondern das Ganze in einem geregelten Rahmen hält, der auch noch ein bisschen Zeit für freie Entfaltung und für Freizeit lässt, wird der Kurztrip nicht nur entspannter, sondern in meinen Augen auch sehr viel ertragreicher für einen selber. Alles in allem denke ich, dass Kurztrips gerade für Studierende eine super Alternative zum Urlaub sind, da sie den Geldbeutel meistens schonen und weil sie ihr die Möglichkeit geben, vielleicht auch dann mal ein bisschen abzuschalten, wenn du gerade Huni hast und nur ein Wochenende weg kannst. Am Ende interessiert mich jetzt noch, was für Kurztrips ihr so dieses Jahr geplant habt. Lasst einfach mal einen Kommentar da. Falls ihr noch ein bisschen Zeit habt, lasst ein Like da, abonniert Pointer und macht die Benachrichtigungen an. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal.